Guter Fasching, neigt sich wieder dein Ende zu, und wir, Fürsten Gerhardt, und ich, Gerhardt Erste von Fabianevs, mit der Faschingskille Rautan, vom Fasching. Der Fasching war dieses Jahr, wie wir wissen, nicht nur vom freudigen Eingessen beschattet, aber ich glaube, wir haben es trotzdem über die Mülle gebracht. Der Sketch, mit dem Ausgang des Sketches, ich glaube, sowas kann man nicht einplanen, sowas muss passieren. Das war wirklich super. Nochmals kräftiger Applaus. Und nun wollen wir, da wir den Rathaus Schlösel von Herrn Vizepirgemeister von Heinz Brustbau übernommen haben, wieder zurückgeben. Heinz, wir haben auf die Finanzen aufgepasst. Rautan ist, wie ihr alle wisst von den Medien, eine der letzten Gemeinden Niederösterreichs. Das ist sicher auch Grund unseres Bürgermeisters und Vize-Bürgermeisters. Deshalb auch ein Dank einmal an die Gemeinde. Ein Applaus für die Gemeinde. Und nun will ich die Regentschaft ablegen und den Herrn Vize-Bürgermeister das Wort übergeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön an euch zwei für die tolle Regentschaft. Ich möchte mich aber auch beim Thomas bedanken, nicht mehr für den Sketch. Ich meine, das Outfit daran ist ein Applaus wert. Einen schönen Applaus. Und der Tag gilt nicht nur in Thomas Antje Lippahl seinen Mitgliedern bei der Forschungsgilde, der Eva genauso im Festival. Nach so weiter, ihr erheutert uns die Zeit in der Forschungsgilde und viel Glück für Sie kommende Saison. Dankeschön. Jetzt zum Beispiel ein dreifaches Mama! 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 Ich möchte Ihnen bedanken für Ihre Treue und auch bei unserem Fürstenpaar mit einer eigenen Präsent für die Zukunft, vielleicht für die eine oder andere Diätrine. Ich hoffe nicht, dass es am schlichten Örtchen landet. Ich danke euch herzlich. Ich habe das ganz ganz toll gemacht. Ich möchte den Brüder heute sagen. Ihr habt den Besten, die wir hier haben. Danke. Mama! Mama! Mama!